So, Kirche. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Questgebiete an, was wir hier so haben. Kann ich hier auch was anklicken? Die Schatzinsel. Die Schatzinsel optional. Geht weiter, hier gibt es nichts zum Gaffen. Meine Gesch... Alter, erstmal. Man munkelt diese Inselberge ein gewaltigem Schatz und ein geheimtückischer Geister. Geht weiter, hier gibt es nichts zum Gaffen. Meine Geschwistern zwischen Freund und ich gönnen sich nur eine kurze Ruhepause. Und von diesem riesigen Schatz haben wir noch nie etwas gehört. Und selbst wenn es einen solchen geben, wir müssen schon über unsere Leichen gehen, um heranzukommen. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, Leichen von Geistern. Na gut. Dann haben wir hier die königliche Reitbahn. Dies ist das Heim von Tandri, der schnellsten und tapfersten Reiter. Ein Ort, an dem Rekorde geschlagen und Helden geboren werden. Nächstes. Der königliche Turmplatz. Für den vornehmen Teil der faulen und verderbten Krüger ist dieser Ort das Schauspiel zu der Gewalt, das wahre Herz der ewigen Stadt. Okay, dann haben wir die Militärakademie. Meine Kadetten könnten eine anregende Rede zur Stärkung ihrer Moral gebrauchen. Wenn ihr uns einige eurer eloquenten Geistlichen schickt, werde ich die neueste Abschlussklasse meiner Musketiere und einen Standard-Trikot-Mantus stellen. Diese angesehene Bildungseinrichtung bereitet jungen Rekruten auf ihre Armeendienst vor. So, haben wir die Kirche mittlerweile? Nein, haben wir nicht. Gut. Dann haben wir hier drüben die Universität von Tandrin. Dies ist das Zentrum von Bildung, Wissenschaft und Aufklärung in diesem Königreich. Hier werden Tandrin scharf sich jetzt die Geister geformt. Gut, wir haben eine Kirche. Das heißt gleich mal, was wir können, die Geistlichen pumpen. Gut, wir haben uns ein bisschen geformt. Gut. Gut, wir haben einen Gewindungsgerät, die Geistlichen da machen. Goldminen. Und eine Eure Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Und eine Nutzprägerei. So. Oh, da fängt der Gegner schon mit der Forschung an. Weißt du, wir können ihn gerade nicht überbieten. Nee. Also wir könnten schon. Allerdings müssten wir dann andere Sachen einbüßen. Die ich ungerne einbüßen möchte. Also. Was ist das? Und ja, der Buchdruck, wenn er mir den wegschnappt, wäre es ärgerlich. Hm. Ich brauche mir erst erstmal ein neues Prestige. Erstmal für den Geologen. Euer Feind hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. Ihr wart erfolgreich in der Erfassung einer neuen Technologie. So, jetzt kann ich mal die Wohnhäuser hier in der Stadt ausbauen. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen vergründet. Was erforscht er jetzt? Oh, Ballestik. Das ist doof. Ja, die beiden und die Spionage, die hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne. So, und wir können auch mal einen Metzger einstellen. Habe ich das Haus? Ja, habe ich auf Ausbau gestellt. Hier unten hätte ich auch etwas Fisch. Ganz ehrlich, ich brauche die Nahrung ganz dringendst. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Das hätte ich doch viel früher schon machen sollen, wahrscheinlich. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Doch, hier sollte ich den Fisch holen. Nächsten sei ein Teil davon. Euer Gegner hat eine Technologie erforscht. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ah, gibt's noch was, was Prestige macht? Nein, leider nicht. Und was erforscht er jetzt? Okay, damit kann ich leben. Oh, und meine Steinmetze bauen gerade nichts ab, weil der Stein zu weit weg ist. Und was ist das? Wisst ihr was? Jetzt, weil er kriegt kurzzeitig auch noch die gute Verpflegung, damit er mir schnell Fische ran schafft. Da kommen sie. Du bist mal untätig und du bist auch mal untätig, dass du mir nicht die Nahrung wegbübbelt. Gebt Achtung, einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Euer Feind hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. Okay, der forscht ziemlich gut. Angriff abgeblasen, sehr schön. So, bringt mir Fisch. Ich brauche dringend Fisch. Wie viele Steine habe ich denn noch mehr als genug? Ja, eigentlich könnte ich dich gleich schon dazu animieren, keine Nahrung zu verbrauchen, sondern einfach Fleisch zu verbrauchen. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Verlassenes Schlacht, Fertig, Spedition, Pindu, Zuhandelsaußen. Ah ja. Fällt mir jetzt gerade so auf, dass da so ein Spezialding ist. Am besten auch gleich immer. So, Befestigung ist ausgebessert. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Jetzt erforscht das, der Hante. Mist, und ich habe nicht genug Nahrung. Ah. 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 Untertitelung. BR 2018 Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Überschüssiges Bier könnte ich gerade da... Nee. Nee, nee. Schön da bleiben. Das ist mir die satte Ernte weg, dem ist unschön. Oh, nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Kann ich eigentlich hier drin noch Gebäude bauen? Ja, könnte ich theoretisch. Dann kommt hier nämlich eine Papiermühle mal hin. Also ein Buchbinder. Und eine Papiermühle. Also ein Buchbinder. Also ein Buchbinder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017